Sooo... Ich will bloß sagen nicht, dass du wieder weg hast. Ich bin in einer anderen Richtung. Ja ja. Ah du Sack! Was denn? Hat er mich schon wieder angeworfen mit der Scheiße hier. Ein Erinnerungsfoto. Alter, fünf Diamanten! Jaaa, wahrscheinlich 15. Warte, ich bin dann bei einer Werkbank. Mal gucken, vielleicht gibt es da noch was Schönes. Das Problem ist bloß, dass die Diamanten irgendwie zur Zeit bringen die mal Null. Du knisterst, hast dich wieder bewegt, oder? Ich sag, Diamanten bringen ja irgendwie so gar nichts ohne vernünftigen Bauplan. Ja, bisher ja. Sooo, zack. Da waren nur 20. Ich will eigentlich nur die Werkbank haben. Guck mal rein. Guck mal rein. Und wenn du wartet und... Du knisterst immer noch? Aber das ist ja wohl... Ich will. Du knisterst, dass du... Es knistert zwischen uns. Ja, aber jetzt nicht mehr, oder? Doch. Was? Kannst du nicht einfach starr bewegungslos liegen bleiben? was ist das denn hier hat so eine tonne er kommt davon zu keine wut mehr habe ich dir jetzt erwischt das war nicht mal mit absicht ich bin um die ecke weil mich zu mir angegriffen haben ich habe den normal gemäß hat zu viel zielt ab weil es mit der messer los ich guck mal kurz auf die map ob hier irgendwie noch wieder ein ausrufezeichen in der nähe ist was ist das hier suche ach so das ding ist auch gleich in der nähe könnten wir eigentlich auch gleich machen dann mit dem apartment nein 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 du hast die nahrungsmittel alles mit dir ist ein wettbewerb nicht so andere richtung ist aber was ist das hier infiziertes appartement war kommst du ja ich dir schon da muss doch klicken habe ich du hast du schon erst nicht oder kommt wieder ein wrestler kalibriert er schwerer Es kommt ein Wrestler Hast du Wut? Nein Ich werfe Granate Ich auch Er ist weg Jetzt war Widerstand wieder, was da mit Alpha-Man abgeschlossen hat Irgendwas Ich bin der Alpha-Man Leichtbaurahmen Das brauchten wir, ja, das brauchten wir Wie viel brauchen wir davon? Wieso, wie viel hast du denn? 2 auf alle Fälle 3? 2 3 brauchen wir bestimmt Vielleicht hast du jetzt auch schon einen Vielleicht habe ich jetzt auch schon 3 Müssen wir mal gucken Also mir ist das zumindest noch nicht aufgefallen Dass ich irgendwie sowas aufgenommen hätte Ist blau auf alle Fälle Ja, okay So, meine Wut wäre jetzt voll Falls da was Großes kommt Was ist denn? Bäh Nicht Oh, war da wieder ein Kreischer Vieh? Holen Da drinnen? Ich gucke mal kurz Aber jetzt geht die scheiß Taschen da raus Er leckt mich doch Was ist das denn? Ich glaube da hinten steht Ja, da steht einer Mach auf, ich schmeiße eine Granate rein Ne, ich wollte Wut machen Wirst du Wut für nehmen? Klar Hör mal Ich schmeiß Granate hinterher Arschloch So, jetzt kommst du Jetzt kommst du Jetzt kommst du Bist du fertig? Ne, ich bin jetzt fertig Deine Wut fehlt ganz viel lang, ja? Ich habe es verdoppelt, glaube ich auch Die Zeitdauer Das geht auch, ja? Geht das auch leiser, habe ich gerade hier auch Hier ist ein Bauplan Das ist im Prinzip, glaube ich, das Einzige, was man hier so kriegt, ne? Ein Bauplan, ja Ja Na und wie sagt ihr, das Titanrohr, aber das war, nee, was hat ihr gesagt? Der Titan, das Gestell da, Leichtbau-Gedöns, oder nicht? Nein, auf Genau Aha Was denn? Achso Was denn jetzt schon wieder? Achso Also, komm mal wieder raus 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 mit der Viechers Kommt jetzt hier wieder an Ne So, jetzt muss ich wieder Quest aktivieren Na na Ja So, hinter uns So, jetzt habe ich mir wenigstens die Konserve gegrillt Ich muss mal lang Äh, die Treppe hier hoch Die Stufen, meinst du, ne? Das ist das, ist das keine Treppe? Nein, das ist keine wirkliche Treppe Aha Weil, was ist, macht eine Treppe aus? Äh, dass die Stufen eine Trittfläche von 45 cm haben und eine Höhe von ungefähr 32 cm, das macht eine Treppe aus, das andere sind Stufen Und, woher willst du wissen, ob das hier nicht so ist? Habe ich gesehen Haha, genau Genshaus, waren wir da auch schon drin? Ja, das ist Quest jetzt Achso Achja Ah, das ist auch wieder so typisch Deutsch Was? Na, das mit Treppe Oh, da ist immer wieder ein Explorer Oh, Disney hätte ich gar nicht gesehen Zack, zack, nein Das haut mich hier A, das ist auch wieder ein Musik Oh, das macht Eine Ah Achja Ah Oh, 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 oh Oh, mächtige Katana mit 1,8 Grunddamage. Da bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. 1,8 hast du Grunddamage? Ja. Dann müssen wir nur 1,3. So, wo soll es das chirurgische Werkzeug sein? Was lag da so ein Apfel? Ach so. Hier ist ein chirurgisches Werkzeug, hast du gesammelt oder was? Nein, wir suchen das ja noch zum Sammeln hier für die Quest. Ja, der Butze hier soll das sein, ja. Dieser Bereich ist ja grüner vorgehoben. Ich habe mal jetzt Licht auch aus, damit man das Blinken vielleicht besser sieht. Alter, die Wasserhahn muss ja nicht betätigen, ja, ne. Ne, bringt nichts. Aber ein Bad war doch eben auch nichts. Ah, du bist aber, ist aber auch noch grüner Bereich, also. Aber hier. Aber da oben, ah, nee, das ist, ich denke, ne, da bist du dann raus. Was? Also, es muss hier irgendwo in der Wohnung sein. Unterm Tisch nicht, ne. Ah, ich hab's. Unterm Tisch, ja. Na, so, dann zwischen Tisch und Sofa. Mhm. Ach so. So, wann kriegst du denn heute Abend das Essen vorbei? Mhm, 18 Uhr. Okay, ich warte dann. Ja, selbstverständlich warte ich sehr gerne. So, ich mach hier mal noch ne Marker an, weil wir da gleich in der Ecke sind. Die nächste Queste dort? Ja. Wie der Sylvia. Ja. 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 Was sollen wir jetzt mit ihr machen? Sie suchen? Achso. 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 Ja. Oh, hört sich nach Feuer an. ich habe gerade für die tür aufbrechen 1000 erfahrungspunkte weil das wird einmal hingekriegt hast du dort ich habe einfach nur ganz schnell hintereinander gedrückt immer wieder oder in einem abwasch gemacht sozusagen du hast die jetzt gefunden oder was ja ich hab die getötet die sind das in der weise im zombie aber jetzt musst du nicht alles wer immer töten wie sagt die tür nicht aufgemacht oder wahrgenommen warum nimmst du den echo immer nicht mit doch ich habe schon aber wie viel soll ich noch mitnehmen da kannst du doch mal los draus machen ich hätte nicht deswegen sondern ich hätte mitgenommen wenn du den trinkst hast du doch irgendwie ja weil du hast du bist du hast doch bisher überhaupt nicht getrunken irgendwie also ich wüsste auch gar nicht wie das dann geht ich habe manchmal auch hier wasser an dann kann das wasser das löschen genau ein bisschen richtig guter feuerwehrmann das sind harte worte von einem kleinen people so guck mal hier kann man rüber jumpen alter hinter dir ich guck erstmal auf die karte ist hier noch da kommt welche ich denke du bist hier mein beschützer ja aber doch nicht bloß weil du hier rumstehst und wartest ich war auf der karte junge 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 ich habe dich beschützt und scheiß doch hat er eigentlich wüsste ich verklagen ich habe ich habe reden jetzt nicht mehr kann ich irgendwas modifizieren ist alles voll mit modifizieren modifikation ich wollte die neue waffe diese katana wird wieder 1.300 also du bist katana geworden ich muss jetzt mal feststellen herstellung gewehr munition dafür brichtest du auch bleiche echt wo weiter gehen oder ich habe noch modifiziert mensch schreiten da so aber der wasserbereich ist immer scheiße geht es hier überhaupt lang hat auch noch leiter sehr gut sehr gut hier ist ein händler aber genau ich wüsste gar nicht wie man darin kommt klick 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 klik klick k prevented also wenn irgendwo mal apokalypse ist dann würde ich dich als plünderer los schicken hier in der truppe da kommen wir schon noch ein später das jedoch mal in ruhe da du musst auch die leute immer ärgern steht nicht ich könnte so nicht sein gucken wir sind umgerecht zum ärgern ich mache erst mal ein poischen diamant